Ja, wir freuen uns, dass das kostenlose Angebot öffentlichen Nahverkehr an den Wochenenden zu Nutzen in Hattelberg so gut angenommen worden ist. Wir hatten über 10.000 Menschen, die den öffentlichen Nahverkehr mehr genutzt haben. Der Bund geht jetzt auch in die Richtung, was ich super finde. 9 Euro ist das Angebot pro Monat, jetzt in den Sommermonaten den öffentlichen Nahverkehr zu nutzen. Das ist super attraktiv. Man will auch die Menschen begeistern, den öffentlichen Nahverkehr zu nutzen. Vor allem diejenigen, die es bisher noch nicht gemacht haben. Also es ist ein toller Anreiz. Ich finde das großartig und hoffe natürlich auf mehr. Und dass wir im Herbst dann für die Älteren und die Jüngeren mindestens den kostenlosen ÖPNV auch in Hattelberg einführen.